Mein Name ist Volker Staub, ich bin der künstlerische Leiter des One Earth Orchestra, bin Komponist und mein musikalischer Hintergrund ist fast eher die zeitgenössische Musik als die interkulturelle Musik, die wir mit diesem Ensemble machen. Das One Earth Orchestra ist entstanden als ein Freund von mir, Uwe Friedl, der sehr engagiert im Umweltschutz ist, auch Mitarbeiter im BUND, mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, zu einer Vereinten Nationen-Konferenz mit dem Thema der Biodiversität, zum Erhalt der Biodiversität, ein Konzert zu machen. Die Konferenz war die COP11 2012 in Heidel-Rabatt und zunächst hat das gar nicht so zu meinem künstlerischen Selbstverständnis gepasst, quasi so funktionale Musik zu machen zu diesem Anlass. Der Uwe sprach davon, dass Musik die Teilnehmer der Konferenz und die ganzen Verhandlungspartner entspannen könnte, zur Ruhe bringen könnte, denen nach all den erschöpften, nach den anstrengenden Verhandlungen vielleicht die Möglichkeit gibt, zu entspannen und wieder klar im Kopf zu werden. Und so habe ich mir jedenfalls mein Künstler-Dasein nicht vorgestellt. Also im Prinzip so eine Art von Erholungskur für angestrengte Politiker musikalischer Art zu machen. Aber dann war eben dieses ganze Thema der Lebensvielfalt, das hat mich so stark beschäftigt. Und das beschäftigt mich schon mein Leben lang, weil ich einfach das Lebendige, dessen Teil wir sind, so liebe in all seinen Facetten. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein und mache das. Und dann haben wir eben ein Ensemble zusammengestellt und haben dann ein Programm entwickelt, das eben diese Vielfalt, diese Lebensvielfalt, aber auch die kulturelle Vielfalt musikalisch zum Ausdruck bringt. Der Name One Earth Orchestra kommt letztlich daher, ehrlich gesagt war es ein Traum gewesen, den ich hatte. Also als ich mich mit diesem ganzen Projekt so beschäftigt habe und ich hatte irgendwie einen Traum gehabt, in dem es auch darum ging, also ich habe da auch diesen Schmerz gespürt. diesen Schmerz darüber, dass diese Lebensvielfalt, die uns umgibt, eben so bedroht ist, letztlich durch unser Agieren als Menschen auf dem Planeten. Und in diesem Traum war es tatsächlich so, dass diese Frage in mir war, was kann ich tun oder was kann ich als Künstler tun, um letztlich mit meinen Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten, dass das Leben in der Form, wie ich es auch als Kind kennengelernt habe, erhalten bleibt. Und dann kam tatsächlich dieser Begriff in dem Traum, das war wie gesprochen, dass ich dieses One Earth Orchestra hörte. Also das eine Weltorchester, ja, was ist die Musik für eine Kraft vielleicht, dass sie mit dem Klang, der ja alles durchdringt, der die Luft durchdringt, der uns erschüttert, einen Beitrag leistet zur Verbindung des Lebendigen, zur Verbindung der Kulturen, zum Verständnis der Menschen untereinander. Und insofern ist dieses eine Weltorchester eher eine Vision, ein Ziel, eine Sehnsucht, als die fünf Menschen, die im Konzert spielen. Die fünf Menschen sind letztlich nur ein Teil dieses eine Weltorchesters und damit verbunden. Also im Unterschied zur multikulturellen Musik sagt der Interkulturelle, also der Begriff des Interkulturellen bereits, dass es viel mehr Verbindung gibt. Also das Multikulturelle verstehe ich oft so, dass wir haben eine Vielfalt von Kulturen und jede Kultur tut ihr eigenes. Aber indem jede Kultur ihr eigenes tut, werden ja noch keine Verbindungen hergestellt. Und der interkulturelle Ansatz ist eben wirklich einer, der intensiven Austausch beinhaltet. Also der wirklich beinhaltet, wir möchten mit Musikern anderer Kulturen zusammenspielen, wir möchten deren Musik verstehen, wir möchten empfinden und fühlen, wie diese anderen Musiker empfinden und fühlen und auf diese Weise sozusagen uns auch als Menschen näher kommen. Das extremste Beispiel, was wir hatten, war, wie wir in Cusco mit den Keros zusammen musiziert haben und die eben eine Musik gespielt haben, die all die ganzen Parameter, die wir in unserer westlichen Musik üben, überhaupt nicht besitzen. Deren Flöten waren alle unterschiedlich groß, jede Flöte war anders gestimmt, es gab nur Mikrotöne, der Gesang war vielstimmig, ungefähr. Die Menschen haben nie alle dasselbe gesungen, sondern sie haben Ähnliches gesungen. Ich habe so gedacht, die Musik der Keros, die ist eigentlich, wie wenn ich mir einen Baum anschaue, mit all diesen tausend verschiedenen Blättern. Kein Blatt gleicht dem anderen, sie sind alle ähnlich. Und so haben die alle ähnlich gespielt, aber bei uns im Orchester, wenn wir ein Konzert machen, natürlich müssen irgendwie alle genau dasselbe spielen und es muss perfekt zusammenpassen. Und wir waren total überfordert erst einmal, was machen die da? Also eine Musik, die so vielfältig ist wie die Wolken, eine Musik, die so vielfältig ist wie die Blätter an einem Baum, wie die Steine irgendwie am Strand, die kein einheitliches Metrum und keine einheitliche Tonhöhe kennt. Und wir haben uns bewegt innerlich und haben uns dieser Herausforderung gestellt und eben dann zusammen mit den Keros diese Erfahrung gemacht, von denen dann noch ganz, ganz wenige diese Musik spielen. Und auch die Keros selbst haben das als eine Stärkung, als eine Bestätigung empfunden von dem, was sie tun. Also dass diese Vielfalt, diese Vielfalt des kulturellen Ausdrucks erhalten bleibt, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Vielfalt ist auch Stabilität, ist auch Gesundheit. Umso vielfältiger wir als Menschen sind, umso gesünder, umso lebendiger sind wir als Menschen, umso mehr Resilienz gibt es. Hier geht es aber nicht um Krankheit, sondern hier geht es tatsächlich um Entwicklungsmöglichkeiten. Ich kann mich als Mensch nur spiegeln und finden und erkennen in der Vielfalt. Und dazu ist es eigentlich lebenswichtig. Und wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, wo es sehr viel Wettbewerb gibt. Und der Wettbewerb ist der Feind der Vielfalt. Ja, das ist, also die biologische Vielfalt einerseits und die kulturelle Vielfalt, die nehmen radikal ab. Ja, und es sind die größten Schätze, die wir quasi aus der Evolution, die uns geschenkt wurden, ja. Die Vielfalt des Lebens, die Vielfalt des Gesangs, die Vielfalt der Stimmen. Da können wir uns als Menschen finden, da können wir uns differenzieren in unserer Wahrnehmung, in unserem Selbstverständnis, in unserer Kommunikation, der Reichtum, sozusagen dieser Erfahrungswelt. Und als ich auf die Welt kam, 1961, gab es drei Milliarden Menschen. Jetzt sind es fast acht. Die Lebensräume schwinden und es verschwinden, sozusagen, sowohl der Tiere und der Pflanzen, verschwinden viele Stimmen aus dem Gesang der Welt, aber eben auch der Kulturen. Und so war es ja auch, wie wir bei einer Tournee, die wir gemacht haben, nach Feuerland kamen und dort die indigenen Bevölkerung treffen wollten. Und dann sagte die Älteste dieser Gemeinschaft, ja, unsere Musik, die haben wir nicht mehr. Weil meine Schwester, die war unsere Musikerin, die war unsere Sängerin, die kannte die alten Lieder. Und die ist gestorben vor zwei Jahren. Und damit war quasi diese Stimme aus dem Chor der Welt verschwunden. Ja, und natürlich ist unsere Musikkultur auch eine Wettbewerbskultur. Es geht um Klicks und möglichst viele Klicks. Es geht darum, sich zu behaupten, ja, ein ganz konkurrierendes Verhalten, ja, sich zu behaupten und sich durchzusetzen. Und durchzusetzen heißt immer, Massenwirkung zu erzeugen. Und Produzenten und Komponisten und Musiker, alle verfolgen dieses Ziel. Aber das Ziel ist ein Ziel, dem wir die Vielfalt opfern. Auf unserer CD Journey gibt es eine Komposition von mir, die heißt Tripa. Und die entstand in der Zusammenarbeit mit einem senegalesischen Meistertrommler, Modu Sec. Mich hat zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Stück geschrieben habe, die afrikanische Rhythmik, also genau genommen die westafrikanische Rhythmik, sehr interessiert. Und ich habe den Modu fast zufällig getroffen. Und wusste auch erst gar nicht, was für ein grandioser Musiker er ist. Aber ich habe dann mit ihm so ein bisschen Fach gesimpelt über Djembe-Kauf und so weiter. Und dann haben wir uns verabredet. Und letztlich haben wir über Monate dann zusammengearbeitet. Und er hat mir diese Rhythmen gezeigt. Und einer dieser Rhythmen heißt eben Tripa. Das sind mehrstimmige Rhythmen, die sich in einer sehr komplexen Weise zusammensetzen. Und wie wir so trommelten und spielten, kam mir natürlich immer schon die Idee, wie kann ich diese Impulse und dieses neu erlernte Wissen in meine Komposition integrieren. Und erstaunlicherweise sagte irgendwann Modu zu mir, Volker, es wäre doch so toll, wenn diese Rhythmen einmal mit westlichen Instrumenten erklingen könnten. Und da war für mich klar, jetzt muss ich dieses Stück schreiben. Und das habe ich dann eben gemacht, sodass die Rhythmen, eben dieses Rhythmus Tripa, die Grundlage von allen Melodien, die in diesem Stück vorkommen, bilden. Und auf diese Weise eben, dass es eine ganz andere Farbigkeit entsteht. Und wie wir das Stück Uhr aufgeführt haben, das war sehr schön, hat Modu mitgespielt als Solist und hat am Ende dann noch in seiner Muttersprache so eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, wie er auf dem Rücken seiner Mutter in einem Tuch getragen wurde. Und die Mutter hat Mais gestampft in so einem riesigen Mörser, so könnte man sagen, mit anderen Frauen, und dann haben die anderen Frauen sich dazu tanzend bewegt und gesungen. Und so sagt er, seitdem hat er Rhythmus im Blut.